Hola, was geht, was geht, was geht, ein neues Video und wir sind noch bei der Album Reaction von Seductive. Ist echt verdammt lang, muss man ehrlich sagen, aber ich bin gespannt, was wir noch alles zu hören bekommen, weil wir bis jetzt wirklich viel verschiedenes hatten. Heute sind wir bei RISC angekommen, featuring Uzi und Swearrobusta. Ich glaube, ich habe so ungefähr richtig ausgesprochen, muss ich ehrlich dazu sagen, ich habe mir ein Interview, oder gucke ich immer an, so ein Interview davor, damit ich so die Namen einigermaßen richtig ausspreche. Ich hoffe, es war richtig und bin gespannt, was die Jungs könnten. Ich glaube, Uzi habe ich auch noch nie so gehört. Wir gucken einfach mal. Bro, ich liebe es einfach, wenn so diese Claps da reinkommen, das ist so geil. Oder Snares? Ein Ton bei. Bro, auch mit diesem Wiederholen. Hilfe, 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 das ist geil, das ist geil. Verpackt ihr jetzt schon. Uff. Das müsste ja Swearrobusta sein, ne? Schon coole Stimme. Ich muss halt ehrlich sagen, dafür, dass man nichts versteht, ne? So, also ich jetzt nichts verstehe. Hört sich trotzdem geil an, aber es ist auch wiederum geil zu sehen, wie die Leute oder wie die Rapper so unterschiedlich diesen Drill auspacken. So, natürlich hat man überall so diese Ähnlichkeiten, aber trotzdem so diese eigene Würze natürlich auch durch die Stimme. Mega geil. Dieser Pass, Alter. Ey, dafür liebe ich Drill einfach, ne? Das ist einfach nur die... Und da kommt Luciano einfach rein mit dieser Hook. Hilfe. Das ist einfach nur die Rapper. Ah, ah... . Oder ist er das? Na gut, ich hab keine Ahnung, wer wer ist, ne? Aber bro! Was? Damit hab ich... Also, ich weiß nicht, womit ich gerechnet hab, aber... So krassen... So krassen Autotune? Kommt schon sehr geil, muss ich ehrlich sagen. Also, das kommt schon mega geil. Auch, wo ich erst so gedacht hab, okay, mit dem Autotune, das könnte da hin losgehen. So, das kann ja gar nicht funktionieren, aber... Wie er's raushaut, mega geil. Aber auch wieder, wie ich sagte, wie ich sagte, ähm... Es ist krass, so diesen Unterschied auch immer zu hören und zu sehen. Von den Rappern unter sich und auch gerade auch, äh, so ländertechnisch. Vom Sound her und wie die auf diese Drillbeats gehen. Diese ganzen großen Namen. Weil das sind ja einfach große Namen, die hier generell drauf sind, aber auch jetzt hier bei dem, äh, Track. Crazy. Oh, diese Ü... Diese Übergänge, ne? Hilfe. Ja, das ist krass. also erst mal ist es geil dass luciano so viele internationale künstler mit drauf nimmt dass sie dann auch noch so abliefern ist sowieso geisteskrank und dass das auch so harmoniert zeigt auch wie gut die sind oder wie gut das alles gemacht ist wahnsinn also das auch wieder ein geiler track so sie so weil mehr so oft du kennst sie einfach nicht und du denkst du einfach herr ok luciano der wird schon irgendwie schaukeln so luciano klappt immer gut zusammen aber usi und es wäre was da haben da gut abgeliefert auf jeden fall wie gesagt ich weiß nicht wer 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 von beiden wer ist aber es macht extrem schwarz zu hören und allein auch diese hook wie luciano darauf abgeht und auch mit diesem wiederholen macht das einfach so geil zusammen zu hören gerade auch mit diesen autotune weil ich finde autotune mit drill gerade auch so wie es hier gemacht ist geil gemacht natürlich aber es ist auch irgendwo schwer zu machen so weil für mich drill immer so dieses okay du hast du hast diese tiefe stimme und mit autotune hast du ja auf diese hohe stimme aber hat gut geklappt deswegen mega geil wirklich gespannt was da noch kommt vielleicht hören wir uns auch noch mal die anderen künstler irgendwie an aber mal sehen wir gucken mal weiter ist aber ein geiler track und dann sehen wir uns bei der nächsten region sonst wünsche ich euch einen wunderschönen tag verliert euer lächel nicht und dann vielleicht bis da 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 da